Ja, hallo und herzlich willkommen. Was ihr da heute seht, ist wieder mal ein kleines Aquarellbild von meiner Tochter. Sie hat diese Heidelbeere nämlich als Logo gemalt für ein Festival. Und ich habe zwar mit der Organisation dieses Festivals nichts zu tun, aber ich möchte es trotzdem hier vorstellen, weil ich einfach finde, dass es eine total schöne Sache ist. Und ich darf euch deshalb im Namen der Veranstalter dazu einladen. Es ist das erste Festival für Menschen, die sich für die Medical Medium Ernährung interessieren, also hier im deutschsprachigen Raum, und die Gleichgesinnte treffen möchten. Also Medical Medium Festival darf man es ja nicht wirklich nennen, weil das so eine geschützte Bezeichnung ist und Medical Medium ja auch nicht der Organisator ist, sondern eben engagierte Menschen aus der deutschsprachigen Community. Aber im Prinzip ist es das, ein Medical Medium Festival, das hier den Namen Compassionate Souls Festival bekommen hat, also das Festival der mitfühlenden Seelen. Ich selbst werde dort nicht vor Ort anwesend sein, aber am ersten Abend werde ich einmal kurz per Livestream zugeschaltet, wie übrigens auch am folgenden Tag die Munisa, Munisa Ahmed. Aber wir sind eigentlich auch gar nicht so wichtig, sondern du bist es eigentlich, also jeder Einzelne ist es, eben diese Community, diese Gemeinschaft. Ich habe das an meiner Tochter bemerkt, als die angefangen hat, hier Kontakte zu haben in der Community, und ich kenne es auch selber, wie inspirierend das ist, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, Kontakte zu knüpfen, einfach gemeinsam zu essen, sich auszutauschen, Fragen zu stellen und so weiter. Weil meist ist man ja doch in seinem Alltagsumfeld eher allein auf weiter Flur, und das hier ist jetzt eure Chance, Menschen aus der deutschsprachigen Medical Medium Community kennenzulernen und das vielleicht eben zu ändern, dass ihr da so allein auf weiter Flur seid. Und ich habe auch schon von einzelnen Menschen gehört, ja, ich würde ja kommen, aber ich habe niemand Zweiten und da traut man sich dann nicht. Und da möchte ich euch einfach sagen, traut euch. Ich weiß, das ist nicht so ganz angenehm. Das ist nie so, wenn man da allein irgendwo hinfährt, ich kenne das auch, aber gerade in dieser Community, ich bin mir wirklich total sicher, ihr werdet schnell Anschluss finden. Compassionate Souls, mit fühlende Seelen, so heißt ja das Festival. Und da ich einige von diesen Menschen schon kenne, weiß ich auch, dass ihr dort solche Menschen auf jeden Fall finden werdet. Ich lade also hier im Namen der Veranstalter herzlich zu diesem Festival ein und ich habe jetzt die Organisatorinnen gebeten, euch jetzt selber noch mal kurz zu sagen, was euch erwartet und verabschiede mich schon mal von euch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Katja, liebe Anna, lieber Noah, ich möchte euch von Herzen Danke sagen, dass ich bei euch die Möglichkeit bekomme, der Medical Medium Community ein wundervolles Event ankündigen zu dürfen. Ganz lieben Dank dafür. Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Und genau darum geht es. Ich und Regina Bader freuen uns so sehr, euch nur nach langem Warten endlich mitteilen zu dürfen, dass wir gemeinsam mit ganz, ganz vielen Menschen aus der AW-Community seit Monaten an einem fantastischen Projekt wirken, welches dir jetzt die Möglichkeit bietet, sich einmal ganz nah mit dir bekannten AW-Lern aus der Medical Medium Community zu verbinden, sie persönlich kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Wo und wann? Das verrate ich dir jetzt. Vom 8.6. bis 11.6. dieses Jahres, also in knapp fünf Wochen, findet hier bei uns im wunderschönen Erzgebirge, in dem doch recht verträumten städtischen Aubernhau, bekannt auch als die Stadt der Sieben Täler, auf dem historischen Welterbegelände im Kraftwerk Saigehütte, das erste Compassionate Souls Festival im deutschsprachigen Raum statt. Und du? Du kannst jetzt mit dabei sein. Du möchtest wissen, was dich hier alles erwartet? Eine Fülle von informativen Live-Vorträgen von bekannten AW-Beratern, unter anderem Monisa im Livestream. Und hier vor Ort Bernd Bissinger, Juliana Retruga, Theo Bergmann, Sandra Fleckenstein, Silvie Simon und noch einige mehr. Lass dich überraschen. Außerdem kannst du hier bei uns eine umfangreiche Auswahl von Veranstaltungen im Bereich Bewegung, Tanz und Meditation besuchen. Zum Beispiel Wildkräuterwanderungen, Yoga, Trommelkurse, ein traumhaftes AW-Cabaret mit Anne Folger. Dazu kommen noch verschiedene abwechslungsreiche Koch-Workshops, zum Beispiel mit Günter Karl und Alexandra Skirte. Und auch für dein leibliches Wohles gesorgt. Denn Claudia Menchetti von Genial Vegan zaubert uns so einige kulinarische AW-konforme Speisen. Ja, und wenn du jetzt noch wissen magst, wie du dich dafür anmelden kannst, findest du alle wichtigen Informationen dazu auf der Webseite der Vitalia Community. Katja wird dir diese Webseite hier im Anschluss verlinken. Und für alle, die dieses Mal nicht dabei sein können oder im Anschluss ans Festival sich wünschen würden, doch die Zeit nochmal zurückdrehen zu können, gibt es die Möglichkeit, ein Online-Ticket zu buchen. Denn wir werden das Festival für dich aufzeichnen, mit all den Vorträgen und dem Livestream, sodass du alles, so wie es dir möglich ist, auch in Ruhe nochmal anschauen kannst. Also eins ist sicher, es wird auf jeden Fall ein Festival der Fülle, des Wissens und Lernens, der Freude, des Austauschs mit vielen lieben Menschen und der Dankbarkeit werden. Melde dich an und sei dabei. Wir freuen uns sehr auf dich. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.